Miefert und willkommen zu einem weiteren Essvlog. Heute steht Ess aber nicht für Essen, sondern für Schlürfen. Und heute schlürfen wir den Kaffee-Latte von Emi. Espresso natürlich, wir sind ja keine Pussys. So, ich würde sagen, wir öffnen den erstmal. Ganz vorsichtig, damit auch ja nichts rausläuft. Ah, das war knapp. So, gleich entsorgen. Hier drunter ist ein Mülleimer. Und natürlich fällt es daneben. So, und jetzt setzen wir die Schutzkappe auf. Ganz behutsam. Ha, geht doch. Und jetzt trinken wir. Ja, dieser Kaffee ist gut. Das war's.